und ja mal konnte man sich nicht auch wie ziegelsteine machen die ziegelsteine irgendwie kann man sich auch so richtige ziegelsteine meine ich machen warte mal ich probiere das mal aus der treppe das mit ein nein so richtig richtig ziegelsteinen war das irgendwie warte mal ich brauche ich kann stein oder so wie heißen sie sand ich brauche leicht wirklich so und ich werde ein sehr sehr schönes haus am ende haben ich bin fest davon überzeugt johnson ein exzellentes haus hier das egal ich mache aber aus cobblestone chest roof und schon sagen ich weiß es nicht mehr keine ahnung irgendwie kann man ziegelsteine bauen aber ich weiß nicht mehr wie bei das wäre irgendwas mit sandstein gewesen aber keine ahnung so ich brauche jetzt irgendwas auf dem inventar holz holz nicht schlechte kann ich kann ich noch weiter bauen was gleich fahren muss ist nicht eisen wenn ich weiß nicht wie das los ist aber mein gedächtnis ist gerade irgendwie kaputt gegangen rein link ja weiß ich von einem auf einen moment so funktioniert gar nichts mehr einfach flur haben wir überhaupt noch so was alter machen wir schon ja das würde ich auch mal gerade gerne wissen warte kann ich das irgendwie erblicken ja eine stunde 46 minuten knapp wow wow es ging bei ihm so fixigus vorbei also wenn die zeit mal so auf der arbeit vorbeigehen würde ich wirklich apprecieated was sagt in deinen festplatten timer also bezogen auf ich kann so ein richtig ekeliges gefühl und richtig richtig ekeliges also wenn wir dann irgendwann gleich eine pause machen wegen essen normal auf jeden fall machen irgendwann weiß ich nicht genau mein haus zu ende bauen oben wobei mir wird das schon gut passen mit mir so zu der zweiten stunde als ja das hört sich gut an das wäre halt relativ cool das sounds very nice hast du denn wieder gleich bock ohne diablo zu streamen ach ja stimmt genau ja das können wir gerne machen weil dann da brauchst du ja kein space für ne naja nicht viel nicht viel space wir müssen ein space brauchen nur wenn ich es verwurschteln würde ach so machst du auch noch mit lokalen aufnahmen oder was ja aber das ist halt so klein ja ja das vergegst nur merkt man gar nicht und dann muss ich ja erstmal dazu kommen das zu verwenden und das ist halt so eher die seltenheit ja ich hab auch noch ich hab auch noch vom stream von panthera das muss ich noch verarbeiten aber kein bock grad ich hab auch noch zwei oder drei stunden aufnahmen wo ich irgendwann noch viele sachen rausstellen kann weil da haben wir schon so viel passiert ist wie schlecht die leute einfach nur sind in der zine boah junge mhm ja weißt du wir rennen wir rennen da rum der eine dmr der schießt damit wie als wenn das eine utzi oder ein maschinengewehr wäre weißt du ba 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 trifft uns da so ein bisschen aber killt uns nicht ich hab ne m16 arcock ja ich guck einmal um die ecke pang pang tot das ist doch der johnson den ich kenne ja aber einfach nur traurig ey wie schlecht die leute einfach nur sind also dem er ist zwei schuss tot oder kopfschuss direkt tot nö kann ich jeder so ein pro sein wie du johnson ja ich weiß ist auch gut so ne ja du kleine bitch kleine bitch ach ich könnte mich so lange mit meinem haus beschäftigen allein mit meinem haus kann ich mich so lange beschäftigen weil ich noch so viel da rein bauen werde boah scheiße ich überlege gerade ob ich in der höhe noch was bauen will oder ob ich oben nur so eine kleine hütte lasse und den rest nach unten macht ich mache jetzt so ich mache so ein kleines haus hier oben drauf und dann baue ich habe ich ich habe so eine große holzplattform das andere wird so ein kleiner balkon und so weißt du mal gucken was da hier so abgeht das ist eine gute idee balkon ist echt so du habe hier so einen kleinen holzbalkon und dies und das und ananas ja so aber ich muss jetzt mal hier von außen ende bauen so warte mal das wird ja hier weiß ich was ich hier hin baue ich baue das erstmal so hin damit ich auch genau noch weiß was ich hier genau hin bauen wollte ach ist das wirklich so ja ja da könnte ich nämlich so ein so ein so ein holzstamm hin bauen also ich habe ich nehme quasi holz sowie natura quasi so als baumstummen so als ja 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 das habe ich auch gemacht das habe ich auch mal gemacht das ist gar nicht so schlecht aber du gerade ich mache so ja das ist ja 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 das ist ja 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 jaja so man denkt sich einfach nur so ok ich habe keine ahnung so auf der anderen seite weißt du hm So sieht's bei mir aus, ey. Also bei mir wird das anscheinend jetzt am Ende auch so rauslaufen, dass mein Dach so mehr so, also Gestein ist und so, ne? Irgendwie das Gerüst so um mein Haus ist zwar auch aus Stein, aber der ganze Innenraum ist alles so, ja, weiß nicht, Holz und andere diverse Sachen halt. Ja. So, ich weiß nicht, ich glaube, ich sollte erst mein Dings zu Ende bauen, mein Dach, weil ich mache ja gerade erst mal gleich so ein provisorisches Dach, das Dach ist aber eigentlich eher mehr gerade nur eine Abgrenzung gerade im Moment, ne? Und quasi ausbaufähig, weil ich möchte mehrere Etagen haben für mein Haus, ne? Ja. Und ja, deswegen, ich mache das obere, den Dach eigentlich nur aus Gestein, weil ich dann, äh, oder weil mein Haus dann geschützt ist schon mal vor gewissen Wettereinfüssen. Und gewinnen und Gästen. Und das auch? Äh, den? Gerade hat sich ein Skeletor schon unter meinem Haus noch versteckt, der kleine Bastard. Hä? Oh, das mal gleich zumachen. Ich will ganz weit irgendwelche zumachen, ich weiß nicht woher. Ich hoffe, ich habe nicht unter meinem Haus eine Höhle. Aber dann würde ich sie ausrotten, das ist ganz einfach. Einfach Lava rein, fertig. Ja. Weißt du, Loch auf, weißt du, gucken, oh, da, da, da ist das ein Hohlraum. Lava rein, Block oben, oben wieder drauf, weißt du, und dann hörst du, äh, fsch. Von dem Massenmord da veranstalten. Ich kenne ja mal eine Höhle unter meinem Haus, auch Zombie, da habe ich immer die ganze, da habe ich dann, wenn man so auf den Sack ging, einfach alles mit Lava gemacht. Ich habe mir dann so eine unendliche Lavaquelle gemacht und einfach alles mit Lava, aber die haben sich irgendwie immer wieder überlebt, das hat auch voll genervt, ey. Verständlich. Boah, ich brauche so viel fucking Stein jetzt erstmal. Ja, ich muss auch gerade... Ich baue gerade hier schon wieder bei mir einfach alles ab. Ich brauche ohne Scheiß... Ich muss echt Kohle irgendwo snaggeln. Ich habe keine Kohle mehr, ey. Wir brauchen irgendwie alle irgendwas. Ja. Oh, warte mal. Die baue ich lieber nicht ab. Die sind mir heilig. So, ich habe noch genug Dirt. Und hier dieser Drecksbaum hier, ne? Der muss hier erstmal weg. Ach, wie komme ich denn jetzt... Wie komme ich jetzt hoch in mein Haus? Scheiße aus. Ach, ich glaube so, oder? So. Wieso wächst der denn eigentlich nicht? Ach, das ist eine Witch Bitch hier unten. Aha, so sieht das also aus. Nee, geh mal weg mit deinem Getränk... Ach, scheiße, was will ich denn hier unten? Warum bin ich dumm, ey? So. Ich bin auch schon so richtig Brain-Afka. Ja. Konzentration lässt nach, Johnson. Konzentration lässt nach. Ich glaube, hast du schon... Weißt du, unten wollte ich nicht durch die Tür rühren, weil ich keinen Bock hatte. Dann bin ich hochgelaufen. Außenrum. Bin oben wieder runter zur Tür. Und dann so, hä? Was will ich jetzt hier? Sag mal, hast du echt unten am Fuß meines Hauses das Sand abgebaut? Nein. Du verdammter Bastard, ey. Nein. Du hast mir... Junge, ich habe hier vorher so einen richtig geilen Beach zu machen, Alter, mit Cocktail-Bar und allem und du baust mir den Scheiß hier einfach weg. Ich dachte erst, hier ist so ein Creeper reingeflogen. Und dann denke ich mir so... Ich habe einfach gedacht so... Nee, 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 nee. Schlimmer als ein Creeper können wir der Johnson sein. Oder geht nicht, ey. Äh... Du Arschloch. Ja, du kannst ja nicht klauen dir ein bisschen sein. Alter. Ich muss das jetzt erstmal fixen. Gleich. Irgendwie. Scheiße. Wie mache ich das denn jetzt? Ach, gar nicht. Scheiß doch drauf. Hm. Nee, darauf kann ich nicht scheißen. Das ist eine optische Vergewaltigung für mich. Das kann ich mir nicht machen. Das geht nicht. Alter, was treibst du hinterher? Nein, Mann. Das geht einfach nicht. Das geht doch nicht. Das geht echt nicht. Was will ich eigentlich an meiner Chest gerade? Ich habe da in den Sattel, habe ich übrigens in der Chest drin. Ich habe... Ja, warte mal. Ich habe noch Zaun. Habe ich hier noch irgendwie Bäumchen zum Pflanzen? Hm. Moment. Ender Pearl habe ich auch. Und Glowstone, das habe ich sogar gerade bekommen. Ist der Enderman gerade gerippt oder was? Ich? Ich rip immer Enderman, wenn ich die sehe. Das klauen die ganzen Steine aus deinem Haus, ne? Ja, soll mal weggehen. Sollen wir mit ihrer eigenen Lego-Bausteine suchen, Alter. Das ist alles meins, alles meins. Alles meins, alles meins. Ja. So. Der Baum, wieso ist der so riesig? Alter, Johnny. Ohne Scheiß. Hier ist ein Baum, der ist einfach richtig ausgerastet. Ausgerastet? Ja, der hat sich einfach mal gedacht so, joa, ich wachse einfach mal, weiß ich nicht. Bis nach Paraguay? Ja. Und noch viel weiter. Okay. Aber ganz schön frech, oder? Ja, hier sind meine schönen Seeds ja schon... Oh, wow. Was war das? Sie sind da schön am Wachsen. Ich wohne gerade bei Seeds sind. Ich brauche Seeds noch. Ich kann ja... Ich habe meine Plantage ja noch nicht mal fertig. Ja, du wirst schon... Da hast du vorhin hier die Pumpkin-Seeds hast du ja weggeschmissen, ne? Was will ich denn mit denen? Ja, Kürbisse? Ja, aber ich will erst... Kannst du essen? Vielleicht will ich irgendwann Kürbisse, aber jetzt gerade nicht. Warte mal. Aha. Der Johnny hat hier so eine Ecke auch Dings abgebaut. Ich sehe schon. Sand? Ja. Wieso bei mir? Ich habe bei mir auch Sand geklaut, aber dann bin ich halt auf dem nächsten Weg weitergelaufen. Da war halt der Sand, ne? Alter, du kannst doch nicht einfach mal ein Sintchen nehmen. Doch, siehst du doch. Nein. Sieht einfach scheiße aus. Umweltpolizei sagt nein. Gut, dass du die nicht bist. Doch, die bin ich. Nee, ich habe keinen Bock, das jetzt so fixen. Das ist mir zu blöd. Nee, 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 nee. Ich mache das ein andermal. Also nie. Die primäre Suche bezieht sich jetzt gerade erst mal auf Oakwood. Und ich will meine eigenen Bäume dafür aber nicht töten. Aber ich bekomme eigentlich mehr Samples raus als Dings. Oder Saplings, Alter. Ich komme eh auf diesen Begriff nicht klar. Das hört sich immer so scheiße an. Sapling, hä? Ja, ich sage auch immer Saplings oder sowas. Warte mal. Da ist ein Apfel gedroppt. Ja, wenn ich den Baum jetzt kaputt mache, dann will ich natürlich da raus auch. Ja, du musst dann einfach, du hackst den Baum ab. Dann wartest du eine Minute oder so. Dann sind die Blätter kaputt gegangen und dann kannst du die Samplings raus. Dann musst du die ganzen Dinger kaputt. Also musst du halt nicht selber hauen, sondern, ne? Ja, aber das Ding ist ja, ich will ja nicht warten. Das ist ja viel zu doof. Ja, du hackst, ne? Du guckst dann, wo du dann zwei, drei Bäume sind. Dann hackst du den einen ab, den anderen. Dann sind bei dem anderen wieder was gespawnt und so weiter. Dann machst du sie die ganze Zeit so. Naja, schon klar. Farmerama-Style. Aber theoretisch könnte ich hier diese hässlichen Bäume alle trotzdem abbauen. Ja, auch wenn die das hässliche Holz haben. Einfach nur, damit ich daraus irgendwie Sticks oder sowas bauen kann. Ja, ja, eigentlich schon, ne? Einfach mal mitnehmen, wegmachen. Sticks oder halt zum Verbrennen, ne? Ja. Warte, ich setze hier mal eine Fackel rein. Das könnte vielleicht irgendwann mal helfen, wenn man sich verirrt und dann irgendwann mal wieder so eine Fackel sieht. Plus, ich mach das einfach nur, weil es eigentlich arschdunkel schon draußen ist. Boah, ich bin gerade ganz unten im Keller. Ich baue, ich hab gerade nur wieder zwei Granitdinger angehauen und bin gerade, ich weiß nicht, ich hab schon wieder eins der Granit. Nur weil da zwei so Dinger waren, ey. Warum? Lass bei dir? Ja, ich baue auch gerade Granit. Ich bin da unten im Keller. Ich hab so viele Etagen, Alter. Das wird aber so ein Secret Way, glaube ich. Mal gucken. Hm. Oh Gott. Ne, da hab ich keinen Bock, das Ding abzubauen hier oben. Ne, ne, ne. So, gib mir das. Ich brauche mehr Saplings. Let's go. Gib mir mehr. Da, da, da sehe ich noch was. Jawoll. So, weil ich natürlich so nett bin, gebe ich der Natur wieder den Baum wieder. Natürlich. Hallo. So, damit ich das nächste Mal auch wieder so ein Scheiß hier einsammeln kann. So, jetzt renne ich hier aber erstmal weg. Ich brauche hier nichts. Oh, oh, hallo Creeper. Das ist zwar knapp, das ist zwar knapp. Weißt du, ich hab schöne Allschool-Microf-Music am Laufen. Ich gerade wieder gar nichts, ey. Hatte vorhin aber auch, man. Richtig lange Zeit einfach gar nichts. Ich hab mir immer gedacht, wo ist die Musik? Please don't stop the music. No. Ja. Blöd einfach nicht. Die hasst uns. So. Weil ich's kann, baue ich hier einfach auch Lächeln. Baum einfach rein. So. Gucken wir uns aus dem Baum hier. Sag mal, hast du aber nicht einen anderen Baum? Deine Bäume sind irgendwie echt anders. Der hat Oakwood. Das ist doch nicht Oakwood, oder? Doch. Der hat Oakwood. Warte, wenn ich, wenn ich, wenn ich dein, warte mal, pass auf, wenn ich deinen Baum jetzt hier abbaue. Ich sehe doch, nee, ich brauche die gar nicht abbaue. Ich sehe doch, du hast andere Blätter. Die sind von der Farbe her. Oder. Ja, guck mal den Baumstumpf an. Oder, oder eher gesagt, ich glaube, das liegt bald an dein Terrain, ne? Glaub ich. Weil du hast ja, glaube ich, Schnee-Terrain. Deswegen sind die farblich einfach anders. Okay, vielleicht ist das, ja, weiß nicht, ne? Wobei, vom Texture-Pack sollte das jetzt nicht unbedingt dran liegen. Ich, ach, keine Ahnung, ist mir egal. 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 Steven, ist egal. Da, 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 da. Der hat ja ein neues Lied gemacht, ne? Ja, ich weiß. Fand ich auch nicht schlecht. Das war eigentlich ganz lustig. Ich fand das auch nicht schlecht. Warte, wir haben jetzt gerade Nacht, ne? Yes. Können wir ganz, können wir ganz kurz mal kurz in den Pen gehen? Oh Gott. Nein! Hast du nicht gehört, ne? Ich gerade nur, ne, wo ich gerade mein Bett hin, ich glaube, ich stehe da, weil ich hier oben in die Ecke. Ja, jetzt haben wir gestirbt. Also ich, äh, you may not rest there, monster's nervy. What the fuck? Wo sind Monster? Ähm. Ähm. Ey, hallo, das ist mein Haus. Verpisst euch, wieso kann ich beim Haus nicht Pen, wenn da Monster sind? Also ich kann mich da einfach reinlegen. Da ist wovon. Aber ey, können wir nicht was ganz anderes machen? Haben wir erstmal ein Poiske machen oder so? Ja, warte, aber ich will kurz dem, warte mal. Meine, meine, meine Fantasie, warte mal. Warte, ob ich die ganze Bett, ne? Ja, ich lege auf dem Bett. Da immer die andere Ecke stellen. Ah. So, wie gesagt, dann ist jetzt ein neuer Tag, neues Glück und wir sehen uns wieder beim nächsten Podcast. Vielleicht wieder. Ciao. Ciao.